Hallo liebe Grillfreunde, ich bin Lydia und ich lebe in einem Haushalt mit einem Mann zusammen, bei dem es ständig nur ums Grillen geht. Das ist wirklich hier das Hauptthema. Er liebt Fleisch, er liebt seine zahlreichen Grills da draußen und ich kann da immer nicht so richtig mitreden. Ich bin diejenige, die an den Grillabenden eben in der Küche steht und den Salat schnippelt. Ich glaube, ich teile dieses Schicksal mit tausenden Frauen da draußen. Und hier ist nicht mit an Grillen und abgrillen, nee, hier wird das ganze Jahr über gegrillt. Im Frühling, im Sommer, im Herbst und im Winter. In Zukunft werde ich mitreden können, wenn es ums Grillen geht. Ich will das auch lernen. Lasst uns gemeinsam rausfinden, was geht mit Fleisch, was geht mit Fisch, mit Gemüse. Vielleicht kann man sogar Obst grillen. Und vor allem findet mit mir raus, wieso hat mein Mann da draußen sieben Grills stehen. Sieben verschiedene Grills. Reicht nicht einer. Ich teste das. Und ich will auch wissen, wozu das ganze Equipment. Wir finden es gemeinsam raus. Begleitet mich gerne. Schaut rein bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram, und natürlich bei YouTube.